Deutsche wollen keine Ausländer mehr in Deutschland. Deutsche wollen keine neuen Füchlinge mehr hier in Deutschland. Und der einzige Grund dafür ist, dass viele Ausländer, die hier sehr hässlich aufgenommen wurden, sich mit der Zeit so schlecht benehmen, sodass die Deutschen keinen Bock mehr drauf haben. Wenn man aus dem Ausland kommt und hier in Deutschland lebt, sollte man sich am besten anpassen.